Ja, herzlich willkommen hier ist euer Danny, ja zu Death Forest zum 14. Part. Ja, unser kleine Kiwi hat letztens hier weiter gemacht und hat hier zwei Wände gezogen, hat es aber leider vergessen zu speichern. Naja, ist mir auch schon passiert, das geht rucki zucki, wenn man nicht dran denkt oder wenn man das Spiel nicht gewöhnt ist, ist das eine Leichtigkeit hier, ja es zu vergessen. So, werden wir gleich mal weiter machen hier, meine Lieben. Wir machen die Wände fertig, wir brauchen Schutz und dafür nehmen wir jetzt hier noch so ein, ja eine Barrikade. So, soweit ich sie jetzt nicht haben, machen wir sie gleich wieder weg. Gehen wir nochmal in das Buch rein, ja mit R drehen wir hier und da werden wir gleich mal noch hier dran setzen. Genau, ist wohl jetzt ein bisschen blöd hier. Machen wir ein bisschen besser, wir sind ja hier nicht bei armen Leuten. So, machen wir es gleich so, perfekt und werden wir uns diese Ecke noch zumachen, dass wir darüber noch Schutz bekommen. So, meine Lieben, ja bei mir geht es wieder ein bisschen besser mit der Erkältung und werde meine Let's Plays jetzt wieder, ja regelmäßig machen, weil es geht hier alles wieder wunderbar. Werden wir noch mal den Baum hier umschlagen. So, meine Lieben, ja wie gesagt, ich zocke zur Zeit oder möchte es Battlefield 4 ein bisschen online mit euch zocken. Ja, wenn ihr Interesse habt, wenn ihr Lust habt oder einen eigenen Surfer vielleicht oder ihr seid irgendwo drinnen, ja dann könnt ihr mir ja in eine Pant schicken und sagen, ja hier, guck mal, komm mal rein oder so, guck dir das mal an. Ja, dann ist das überhaupt kein Problem, schreibt mich einfach an und ich komm vorbei, ne. So, wo ist jetzt das Holz? Ist das jetzt hier runtergefallen oder was? Ah, ich hab richtig gehört. So, setzen wir den noch mit dran hier. Machen wir unsere Wände zu. Nehmen wir gleich noch eins aus dem Lager. So wie ich das gehört. So, ne. So, paar Ruckel waren dabei. Darum liegt noch schönes Holz. Gut, das werden wir jetzt noch holen. Haben wir vielleicht noch einen? Ne, leider nicht. Ja, und wie gesagt, wir behalten hier unsere Umgebung im Auge. Weil die fiesen Nachbarn, wir wissen ja, sind überall. So, und da kommst jetzt dran. Wir brauchen noch ein Holz. Das wird jetzt überhaupt kein Problem sein. Vielleicht liegt noch eins hier unten. Ne, ist nix gut. Dann müssen wir jetzt mal noch einen Baum fällen, dass wir das eine Holz noch bekommen. Oder hier liegt noch eins. Wäre ja günstig. Na, leider nicht. Leider nicht. Ja, nehmen wir gleich den Baum hier. Das sieht so schmuckig aus. Mit seinen kleinen Pilz. Zwei Bäumen ein. Das wäre ja wunderbar, wenn wir den gleich zusammen umfallen lassen können. Ja, da sind sie wieder. Die ulgischen Nachbarn. Beobachten wir weiter. Und fällen ja weiter. Ich schätze mal, wir werden vielleicht Besuch bekommt. Äh, da nicht hin, da nicht hin. Ja, rollt mir alles wieder ins Wasser. Ja, wie gesagt, immer schön Obacht geben. So, wunderbar. Hätten wir das erst mal. Ja, schmeißen wir den Baumstamm ja her. Und werden mal hier weiterziehen. So, wie ich es die kleine Kiwi schon vorgemacht hatte. Aber leider nicht gespeichert hat. Ja, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Die hat sich danach ziemlich geärgert. Konnte ich vollkommen nachvollziehen. So. Perfekt. Ja, wie gesagt, wir brauchen jetzt noch mehr Holz. Mehr Holz. Dass wir hier fertig werden. Aber ich glaube mal, das wird sich jetzt wieder ziehen. Kennt ihr ja langsam. Ja, hier unten liegt noch einer. Den nehmen wir natürlich mit. Und dran damit. Genau, wunderbar. So. Ja, es nützt nichts. Wir brauchen Holz. Wir brauchen Holz. Ja, ich würde mich mal interessieren, ob die Vollversion irgendwann mal Multiplayer fähig ist. Das wäre ja ziemlich cool. Aber ich glaube, da verliert das ganze Spiel seinen Reiz. So, hauen wir jetzt noch den Baum hier. Zwei Bäume um. Na, guck mal. Dann machen wir gleich noch den mit hier. Ja, dass wir nicht 50 Mal Bäume fällen müssen. Machen wir es gleich so. Ja, meine Stimme ist noch leicht angeknackst. Aber ich versuche zumindest eine ordentliche Aufnahme für euch hier äh, in Stände zu kriegen. Nehmen wir gleich das Holz hier und laufen runter zu unserer Hütte. Wie schon wunderschön im Kreiswort von den Barrikaden. So. Das dürfte jetzt rucki zucki gehen. Nehme ich an. Dann machen wir uns hier unten die Mauer nochmal so schön, wie es die kleine Kiwi gemacht hat. Und dann dürfte das passen. So. Perfekt. Holz. Wir brauchen Holz. Holz ist wichtig. Wir brauchen nochmal Fünfe. Dann dürfte die Wand hier unten auch fertig sein. Ja, zur Zeit haben wir noch Ruhe. Heutz am Samstag. So. Holen wir das letzte Holz noch. Haben wir vielleicht noch einen Baumstamm hier. Haben wir noch einen? Ne. Schade. 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 So. Ne, da werden wir den eben jetzt noch runterbringen. Und verbauen. Nö. So. Hauen wir den noch dran. Genau. Wir brauchen noch drei Holz. Das wird jetzt gut passen. Wir holten jetzt noch einen Baum ab. Dann wird gleich mal den hier. Ja, danach werden wir was essen. Jeder gute Arbeiter darf eine Pause machen. Ne. So. Ja, willkommen zurück. Junge Frau. Ist schön wieder eine Woche vergangen. Ja. Die hat uns gerade so mitgenommen. Das ist unser Schlagen ein bisschen mühenselig, ja. So. Nehmen wir jetzt das letzte Holz hier. Machen wir. Hauet ab. Hauet ab. Nein. Ach man, was wollt ihr jetzt hier? Ich war so schön ruhig. Ja. Sieht aber wieder nicht so gut aus. Ich hoffe, die können nicht schwimmen. Ja, ich bin eine Seerose. Ich bin kein Mensch. Sieht aus wie Nessie, aber mehr nicht. Äh, ja. Ja, Wasserspiele hier bei The Forest. Ja, und der schlägt nicht mehr recht zu. Das ist nicht so praktisch. Tja, ich möchte wenigstens noch hochkommen und speichern. Ja, aber ich glaube, das werden die uns nicht lassen. Rein in die Hütte. Rein in die Hütte. So, wunderbar, wunderbar. Wir speichern. Wir speichern. So, jetzt komme ich nicht an mein Holz ran. Verflixt und zugenäht. Was essen müssten wir eigentlich immer, aber es ist ja alles verwandt hier. So, hauen wir uns noch den Panzer hier dran. Versuchen zumindestens das Holz jetzt noch hier zu bekommen. Ich hoffe, wir haben jetzt mal einen kurzen Moment Ruhe hier vor denen. Ja, mein Zuckerspiegel ist nämlich auch nicht mehr so gut. Ja, wir holen uns jetzt das eine Holz noch, auch wenn ich Hunger hier drin hab. Aber das muss zumindestens jetzt noch fertig gehen. Fertig werden. Ja, vom Feinsten. Passt wunderbar. Hauen wir noch das eine Holz dran. Ja, dann dürfte die kleine Kiwi stolz auf mich sein. Ich habe ihre Wand wieder gerichtet. Wunderbar, wunderbar. Werden wir kurz abspeichern. So, meine Lieben. Und da würde ich sagen, das war der Part 14 von The Forest in Survival Horror Game hier mit unseren Freunden. Und ich begrüße euch dann in dem nächsten Part wieder, wenn es heißt, bauen wir eine kleine Hütte hier bei The Forest. Ja, bauen wir eine Festung mit AK-47. Nein. Gut, danke schön. Bis später. .